Ah, die Flucht! Oh, Mann! Oh, Mann! Oh, Mann! Das ist schön! Oh, Mann! Die ist so diskret zurück! Ich muss ehrlich sagen, da hat dich Angst gekriegt. Die Elana hat kurz mal durchgeatmet. Wenn der Verstrahl aufnimmt, können wir den Garten wieder renovieren. Oh, Mann! Aber wenn die so über die Straßen sitzen, das ist nicht cool, oder? Nein! Die ist, glaube ich, wenn die anfangen, Löcher zu fahren. Ja, dann kommt sie auf.